Manchmal scheitert eine neue Partei nur an einem einzigen Zentralirrtum. Und David Claudio Sieber war bei Gunnar Kaiser im Talk. Und dort hat er seinen Zentralirrtum geäußert, der, wie ich fürchte, das Ende von die Basis bedeuten wird, aller Wahrscheinlichkeit nach. Ach, denn er hat geäußert, eigentlich kann man seine Äußerung zusammenfassen mit dem Satz. Ja, wer irgendwas in Deutschland verbessern will, der kann doch Mitglied in die Basis werden. Das ist sein Zentralirrtum. Also damit ruiniert sich gerade diese Partei selber. Weil sie damit grundsätzlich die besten Experten und Reformer ausgeschlossen hat, die niemals Parteimitglied werden. Zum Beispiel Gunnar Kaiser saß mit ihm zusammen, aber er ist offensichtlich nicht Mitglied der Partei. Wenn er jetzt also zum Beispiel eine gute Reformidee hätte, vielleicht würde er es auch ablehnen, mit einer Partei assoziiert zu werden. Denken wir an Professor Bakhti, der nicht Mitglied einer Partei werden wollte, weil er sich eben als Weltexperte, als unabhängiger Weltexperte versteht, der nur als unabhängiger Berater den Parteien zur Verfügung stehen kann. Genauso wie die Next Scientists for Future vom Weltrat. Oder denken Sie an Professor Hans-Werner Sinn, der sich auch nur als Weltexperte versteht und der deswegen ganz wichtige Tipps hätte zur Frage, also quasi ganz wichtige Informationen geben würde zu Mindestlohn und Gewerkschaften und Tariflöhne und deren Förderung von Massenarbeitslosigkeit und so weiter, also deren Verhinderung von Nullarbeitslosigkeit. Und dann denken wir zum Beispiel, gerade eben habe ich wieder geschaut, Professor Friedemann Schrenk, der beste Paläobiologe, Paläoanthropologe Deutschlands, ja nicht der beste, sondern der berühmteste, denn den besten kennen wir ja nicht. Wir kennen ja nur, wer berühmt geworden ist, der aber auch wieder ganz viele wichtige Sachen schon vor Jahren, seit Jahren sagt und die Masse weiß das alles nicht. Aber der würde auch nie Mitglied in die Basis werden. Warum? Weil Politik eben auch etwas Schmutziges sein kann. Zum Beispiel Hans-Olaf Henkel ist aus meiner Sicht die entscheidende prominente Persönlichkeit gewesen, weswegen die AfD überhaupt von den Medien beachtet und eingeladen wurde. Denn der Hans-Olaf Henkel war ein in allen Talkshows gern gesehener Gast als ehemaliger Präsident BDI oder BDA, Bundesverband der deutschen Industrie wahrscheinlich. Und dessen Ruf hat jetzt natürlich auch drastisch gelitten, weil sich die AfD plötzlich immer mehr Richtung rechts entwickelt hat. Und dadurch wurde sein Name jetzt beschmutzt als Experte sozusagen. Und dann ist er auch so schnell wie möglich ausgetreten aus der AfD. Aber diese Assoziation mit der AfD, die hängt ihm jetzt als Schädigung sein ganzes restliches Leben an. Und genau das wollen so Professoren wie Professor Backti, Professor Hans-Werner Sinn, eventuell auch Gunnar Kaiser und die Next Scientists for Future, die man ja von Corona-Ausschuss und Kai Stuth und so weiter kennt von allen. Ja, diese, mir wurde ja auch gesagt, ja, mir wurde ja auch angeboten, Mitglied zu werden. Aber das dürfen eben echte Experten nicht. Und dieser Grundsatz, ja, es kann doch jeder Mitglied werden bei uns, das ist der große Zentralirrtum, der quasi dann ja zum Ausschließen der externen Experten und Reformer führte. Ja, denn sozusagen kein Experte, der wirklich was drauf ist, ist bereit. Also ich habe nur mitgekriegt, dass die Professoren, die sich zusammen telefoniert haben im Weltrat, alle darauf wohl bestanden haben sollen, dass bloß eine generelle Überparteilichkeit und damit keinerlei zu große Nähe zu einer Partei ist, sondern nur die Next Scientists for Future beraten alle Parteien und unter anderem zum Beispiel Wir2020. Also wobei es ja so ist, dass wir bis jetzt nur ein Orga-Team lange beraten hatten von Wir2020.de. Ich fürchte, dass Wir2020.de eventuell nicht mehr weiterläuft, aber auch mit sehr positiver Resonanz. Also damals, man war ja in den letzten Monaten dann sehr angetan von unseren Reformkonzepten. Und im Moment haben wir ja als häufigen Gast ein Mitglied von Wir2020.de EU sozusagen, dass es sich informiert über uns als externe Experten und unsere Lösungsmodelle. Und dieser Zentralirrtum von der Basis zum Beispiel, gibt es keine einzelne Person, die regelmäßig an unseren Sendungen oder so teilnimmt, um uns zu befragen. Also da liegt der Zentralfehler. Das heißt, das ist der Grund, warum zum Beispiel auch die Basis Ihnen zum Beispiel nicht 700 Euro netto pro Monat zusätzliches Geld anbieten kann, liebe Wählerinnen, weil sie ohne die NextTimeTest4Future.de als einen von fünf Experten, die wir vorschlagen sozusagen, das wäre zum Beispiel ein parteiinterner Experte von DieBasis, ein parteiinterner Expertenperson von Wir2020.eu und dann eben die NextScientists4Future und dann noch zwei andere externe Experten. Und wir haben ja sozusagen, wenn man diesen Fehler macht, dass man also sagt, ja, die besten Experten können doch bei uns einfach Mitglied werden, aber die besten Experten das grundsätzlich nicht tun dürfen und nicht können. Ja, bei den NextScientists4Future und beim Weltrat ist das regelrecht Vorschrift. Wir haben nur einem einzigen Professor die Erlaubnis gegeben, eventuell in die Basis einzutreten. Ja, aber auch der, der macht es eben wohl auch nicht, weil er fürchtet dann auch wieder um seinen zukünftigen Ruf, falls sich die Partei negativ entwickeln würde zum Beispiel. Ja, also von daher, ich weiß nicht, was seine Gründe sind oder es sind vielleicht auch nur Zeitgründe. Ja, also auf jeden Fall, das machen echte Experten nicht. Also lieber David Claudio Sieber, wollen der Fehler, den Sie ja der Politik vorwerfen, dass sie nämlich die besten Experten grundsätzlich schon mal ausgesondert hat und sich nur für bestimmte Experten entschieden hat, nämlich für die Experten der Pharmaindustrie, Impfindustrie, Testindustrie, Medizinindustrie, Maskenindustrie und alle anderen ausgesondert hat. Diesen Fehler machen Sie jetzt gerade auch, weil Sie nicht erkennen, dass die besten Experten leider nicht Mitglied werden können. Es ist leider nur möglich, Sie als externe Experten zu nutzen, wie Bhakti, wie Sinn und auch den, zum Beispiel Professor Sinn, der wird zum Beispiel wahrscheinlich noch nicht meiner Einladung folgen, weil er sagt, diese Partei ist ja schon mit etwas Schmutzigem assoziiert, nämlich mit der angeblichen Corona-Leugnung und so weiter. Ja, das können Sie doch nicht von Professor Hans-Werner Sinn verlangen. Sie können doch aber über die Gemeinwohlökonomie oder über Professor Hans-Werner Sinn und das Thema Mindestlohn referieren lassen innerhalb der Partei. Also die Experten können Sie doch über den Weg der Referate in die Partei reinziehen. Und sogar die Next Scientist for Future, die haben sich ja sogar, die trauen sich ja sogar direkt in Sendungen mit Ihnen als Experten zur Verfügung zu stehen. Also von daher, und das habe ich Ihnen ja auch damals im Telefonat ganz klar gemacht, dass wir unentgeltlich immer an der Seite der Partei sein könnten, wenn die Partei das möchte. Aber jetzt eben diese Äußerung bei Gunnar Kaiser, dass die darauf hinausgelaufen sind, hören Sie sich das mal an, das bedeutet, das überhört man als Laie, ja, aber das bedeutet im Prinzip, dass wer nicht Mitglied unserer Partei wird, wird als Experte auch grundsätzlich nicht gehört. Das bedeutet das. Und das ist der Zentralirrtum, denn dadurch verhindere ich auch, denn wir müssen ja ganz klar sehen, wir müssen davon ausgehen, dass es entweder unendlich schwer ist, also erst einmal, die Altparteien haben alle den Fehler, dass sie Klientelparteien sind. Genau das wollte man doch nicht mehr. Hier unten rechts übrigens an dem rundlichen Ding schneller drehen, weil ich ja so langsam spreche. Man wollte doch eigentlich den großen Fehler der Altparteien nicht mehr machen, die eigentlich Klientelparteien sind, wo bestimmte Industrien, Sparten, gesellschaftliche Sparten quasi Partikularinteressen verfolgen auf Kosten, auf der Gesamtgesellschaft, ja. Ich hatte hier als Beispiel die SPD angeführt, die sozusagen die Sozialspartler bedient, indem sie eine Politik macht, die am Ende auf mehr Sozialfälle, mehr Arbeitslose und damit mehr Kundschaft für die Sozialsparten hinausläuft. Ja, das ist übrigens auch einer der Gründe, warum sie so allmählich stirbt, weil die Bürger merken, dass die SPD ihnen nicht mehr gut tut, sondern dass sie ja letztendlich nur noch die Partikularinteressen der Sozialspartler bedient, sozusagen. Ja, und wir wollten doch, dass eine Partei sich, Stichwort Volksentscheide, dem Volk nähert. Also auch die Idee der Basisdemokratie ist doch, dass wir das ganze Volk entscheiden lassen und nicht eine nicht repräsentative Wederstichprobe, die zufällig gerade Mitglied der Partei die Basis ist. Also wir hatten ja darüber gesprochen, dass es natürlich ideal wäre, wenn es gelingen würde, innerhalb einer Neupartei eine repräsentative Wählerstichprobe reinzukriegen. Ich glaube, dass diese Idee wird immer so ein bisschen scheitern und das sollten wir vielleicht auch gar nicht mehr machen oder gar nicht versuchen, sondern man nimmt dann halt doch einfach die Leute auf, wie sie kommen, bis auf die Extremisten. Da muss man schon irgendwas tun, dass man die nicht reinholt und ansonsten oder nicht überrepräsentiert reinlässt. Aber dann hat man es eben, dann muss man sich aber bewusst sein, ich habe es also mit einer nicht repräsentativen Wählerstichprobe zu tun. Und ich habe es grundsätzlich innerhalb der Partei grundsätzlich nicht die besten Experten, sondern eher zweitklassige, drittklassige Experten, die kein Problem darin sehen, Mitglied einer Partei zu werden. Und wenn ich das dann berücksichtige, dann muss ich ja zu der Erkenntnis kommen, hier, ach so, noch kurz der Hinweis, also heute unsere Nachrichten zu Bakti, Füllmich, Schiffmann, Köhnlein, Reuter, Rosen, ja, zu Bodo Schiffmann hat nochmal ganz klar geäußert, dass er der Meinung ist, dass die Leute nach den Impfungen in den Altersheimen jetzt überproportional sterben und zwar seine Vermutung oder Befürchtung an der Impfung. Ja, so, dann gehen wir hier nochmal zurück. Also, jetzt zeige ich das, was ich zeigen wollte, nämlich, wo kommt man hin, wo muss man hinkommen? Und das, was wir gerade mit dem Mitglied von WIR 2020 EU erarbeitet haben, nämlich, dass man einen ersten Volksentscheid nach der Wahl, wir haben ja eine Demokratisierungskette angeboten mit ganz vielen Demokratisierungsmaßnahmen, aber eine davon wäre auch der erste Volksentscheid nach der Wahl. Hier könnten jetzt fünf Vorschläge nebeneinander stehen, alle zum Bereich Gesundheitsreform zum Beispiel, hier zum Beispiel fünf verschiedene zum Bereich Presse, Radio, Fernsehen, Reform, Kinderkrippen und Kindergärten, ja, und so weiter, ökologische Landwirtschaft. Das sind so zum Beispiel, und jetzt müssen Sie sich vorstellen, hier fünf nebeneinander. Irgendeiner davon ist die Next Scientist for Future. Einer ist vielleicht von einem parteiinternen Experten der Basis, ein anderer vielleicht von einem parteiinternen Experten von WIR 2020 und noch zwei andere von externen Experten wie die Gemeinwohlökonomie oder Professor Hans-Werner Sinn. Auf jeden Fall möglichst kontrovers, möglichst unterscheidbar, möglichst unterschiedlich, damit und dann sozusagen das Grundprinzip, was in der Partei absolut verankert sein muss, ist diese Offenheit für externe Experten und Reformer. Das ist das A und O, weil man sonst auf der Ebene zweit- bis drittklassiger Experten sich bewegt und dann hat man keine Chance, weil die Wähler wollen nicht von drittklassigen Experten regiert werden, das haben sie bei den Altparteien, da brauchen sie dann so eine Neupartei nicht. Sondern sie wollen ja endlich von den besten Experten gehört werden, die auch, das soll ja auch die andere Seite gehört werden und die Next Scientists for Future sind eben zum Beispiel die andere Seite, die die große Expertise reinbringt und sagt, nein, hoppla, so einfach ist das nicht. Man muss um 56 Prozent der Wähler Stimmen als Potenzial zu haben und überhaupt nur bei der Landtagswahl Baden-Württemberg auch nur fünf Prozent zu erreichen, das ist unendlich viel. Das werden sie jetzt merken in der Landtagswahl Baden-Württemberg, wenn sie nicht schlendig, Herr Sieber, wenn sie nicht sofort den Kurs korrigieren und auf dieses System umschwenken, werden sie merken, dass sie gar keine Chance haben, sozusagen diese fünf Prozent jemals zu erreichen, weil sie mit diesem Zentralirrtum quasi die besten Experten grundsätzlich ausgeschlossen haben und damit sind sie auf zweit- bis drittklassige Experten angewiesen und die haben die Reformenkompetenz nicht. Die können das nicht. Auch die Gemeinwohlökonomie selber ist zum Beispiel auch nur ein zweit- bis drittklassiger Experte. Die haben, da fehlt das Wissen. Sie brauchen solche Leute wie Professor Achim Truger von den Wirtschaftsweisen der Bundesregierung, über den müssen sie referieren lassen. Sie müssen referieren lassen über Professor Hans-Werner Sinn, die Next Scientists for Future und ja, dann haben sie die wirklich fundierte Kritik an unserer Gesellschaft und auch die fundierte Reformenkompetenz, wie man, wie die Demokratisierungskette aussehen muss und und und. Ja, also, ja, ich hoffe, es ist deutlich geworden. Ja, und so, liebe, liebe Zuschauerin, also, das heißt also, das wäre das entscheidende Statement der Basisdemokratischen Partei. Wir haben ein oberstes Grundprinzip. Dann sind nämlich alle anderen gar nicht mehr so wichtig. auch das so von wegen die Macht der Abgeordneten zu begrenzen und so weiter ist alles relativ unwichtig. Eine neue Partei und ihre Erfolgschancen stehen und fallen mit dieser Geschichte hier. Wir hören, wir fassen die Vorschläge von mindestens fünf Experten hier zusammen, machen daraus quasi unser Wahlprogramm schon als einen Volksentscheid und dieses Prinzip erhalten wir immer bei, nämlich die grundsätzliche Offenheit für alle externen Experten und Reformer, damit nämlich dann auch die Top-Experten berücksichtigt und einbezogen werden können. Und da liegt der Fehler. Wenn ich einmal, und das hat ja die FRAG-Partei erkannt, wenn ich einmal den Fehler mache, dass ich einen Exportperten nach Willkür Kriterien ausschließe und aussondere, dann höre ich ja grundsätzlich die andere Seite nicht mehr. Und das führt immer zum Ruin einer solchen Neupartei. Sie wird dann eigentlich nur eine Variante der Altpartei und da können Sie sich selbst ausrechnen, welche Chancen Sie dann haben. Und ja. Und von daher also hier wieder zurück. Und das ist dann auch der Grund, liebe Wählerinnen, weswegen Sie niemals an diese 700 Euro netto pro Monat mehr Geld kommen können, ganz abgesehen von dem Mehr an Gesundheit, Langlebigkeit und Glücklichsein sozusagen, dass die Next Scientists for Future Reformen mit sich bringen. Hier diese Frack Partei, die hat als einzige wirklich erkannt und die ist aber auch die winzigste und erst im Entstehungsprozess und ob da was wird, weiß man ja auch nicht so hundertprozentig, ob ja die hat richtig erkannt, sobald ich einen externen Experten von vornherein ausschließe, ganz besonders dann, wenn der sich sogar anbietet, persönlich anbietet, wie ich das ja getan habe bei David Claudius Sieber in dem langen Telefonat, dann ist das der Zentralfehler, mit dem man sofort wieder das Entscheidende getan hat. Man hat sich begrenzt auf bestimmte, ich nenne sie mal zweit- bis dritt- bis viertklassige Experten und dann kann es nichts mehr werden mit der Partei. Ja, ich hoffe, dass jetzt dieser Zentralirrtum deutlich geworden ist und ich bin mir, ich vermute, dass David Claudius Siebers nicht die geringste Ahnung hat, dass ihm dieser Irrtum unterlaufen ist. Bitte weisen Sie ihn, liebe Parteimitglieder, weisen Sie ihn darauf hin. Ich glaube nicht, dass er auch nur eine Sekunde darüber nachgedacht hat, dass das das Todesurteil für die Basis am Ende bedeuten könnte. Das ist ihm gar nicht klar. Man macht das so einfach und wenn man so, er hat selbst in einer Sendung gesagt, wie zentral wichtig die Auswahl, welche Experten werden gehört, wie zentral wichtig das für jede Partei ist. Und irgendwie gibt es aber bei der Basis wieder eine Experten Begrenzung, nämlich auf die, die sich nicht scheuen, Mitglied einer Partei zu werden. Und das sind aber immer nur zwei, dritt, viert, fünftklassige Experten und damit sind die erstklassigen Experten alle draußen vor und werden nicht mehr berücksichtigt. Und das ist der Zentralirrtum. Ja, so, das war das große Tagesthema. Es kommt aber noch ein großes Tagesthema, nämlich wie kommt man an die 700 Euro netto ran? Nämlich darin, dass wir aufhören, den großen Fehler zu machen, das Ahistorische. Wir haben überall alle Menschen haben eine außer dem Weltrat und den Next Scientist for Future und vielleicht Professor Friedemann Schrenk und so weiter, alle haben eine völlig geschichtsvergessene Perspektive. Deswegen ist alles leeres Gerede im luftgeleeren Raum. Man blickt, man quasi, man blickt auf gestern zurück und sagt, jetzt habe ich schon genug Geschichte, Geschichtswissen und jetzt leite ich aus dem, was gestern passiert ist, meine Politik für morgen ab oder meine Konzepte für morgen ab. Aber wir müssen doch über alles, wir müssen doch über die Geschichte von allem ein überblicksartiges Wissen Wissen haben, das, was wir Weltwissen als Weltwissen bezeichnen, Schluck Wasser. Und da komme ich dann gleich zu. Aber erst nochmal die Kurznachrichten schnell dazwischen. Ach so, die Maus stört hier, verschmutzt unser Bild. Also die Kurznachrichten kurz dazwischen. Also. Natürlich müssen wir bei der Medienreform auch berücksichtigen, dass es natürlich keine politischen Aufsichtsräte der Medien geben muss. Also bei der Demokratisierungskette unserer Medienreform, die wir vorschlagen, selbstverständlich dürfen nur noch die Wohlfühlstimmen, Gesundheitsdaten und die Langlebigkeitsdaten und vielleicht auch noch die Wohlstandsdaten der Kunden der Medien. Die dürfen entscheiden. Das heißt also zum Beispiel ein Medium, das wahrheitsorientierte Gesundheits- zum Beispiel Ernährungstipps gibt, den Lesern oder den Zuschauern oder den Hörern. Das kriegt größere Verdienstzuschüsse und das andere kleinere. So das also ganz konkret. Journalismus hat die Aufgabe, wie auch eigentlich eine echte Wissenschaft hätte, die wir gar nicht haben im Moment, nämlich Bericht zu erstatten, aus aller Welt Wahrheiten beizubringen, die den Kunden, den Zuschauern Nutzen bringen. Und diesen Nutzen müssen wir messen und danach die Belohnung für die Journalisten aufbringen, sodass die dann also von Irrtümer, Vorteilbringende Irrtümer transportierenden Journalisten zu Wahrheiten suchend, findend und beibringenden Journalisten werden. Berichterstatter aus aller Welt, die uns Wahrheiten liefern, die unser Leben messbar verbessern. Werbung und Suchterzeugung durch Unglücksmehrung rechnet sich das dann noch, wenn wir alle Reformen der Next Scientists for Future umgesetzt hätten. Würde sich dann dieser Mechanismus, den wir bisher haben, nämlich jemand schaltet Werbung in einem großen Fernsehsender bei ARD und ZDF. Es kommt zu einem unbewussten, nicht bewussten, nicht bewussten Evolutionsprozess, sodass dann in den redaktionellen Sendungen quasi die Menschen so manipuliert werden durch bestimmte Irrtümer, dass sie tendenziell unglücklich werden, dadurch tendenziell konsumsüchtiger werden und dadurch tendenziell mehr Produkte das Werbekunden kaufen. Diese indirekte Suchterzeugung, Konsumsuchterzeugung durch den redaktionellen Inhalt der Großmedien, rechnet sich das dann noch? Ich würde sagen nicht mehr, weil nämlich sowohl der Werbekunde überhaupt nichts mehr gewinnen kann, indem er die Konsumsucht des Menschen erzeugt. Der gibt nämlich dann diesbezüglich schlecht, der gibt insgesamt dann schlechtere Wohlfühlstimmen ab, der Kunde. Er hat schlechtere Gesundheitsdaten, wird er aufweisen und er wird schlechtere Langlebigkeitsdaten aufweisen und auch seine, wenn man die noch dazunehmen wollte, die Wohlstandsdaten gehen auch in Köller, weil er durch diese Esssucht zum Beispiel, Esssuchtsteigerung, weil er nicht Nein sagen kann bei Süßigkeiten oder Schokoladeprodukten oder was auch immer, dadurch wird er auch sein Wohlstand geringer werden, weil er als Süchtiger viel Geld für sein Suchtmittel ausgibt. Und das rechnet sich nicht mehr, das rechnet sich sowohl selber für den Werbekunden nicht mehr, also wird das wohl aufhören und es rechnet sich auch für die Journalisten nicht mehr, denn da für die ja auch entscheidend ist, wie sich das Wohlfühlen und die Gesundheitsdaten ihrer Kunden entwickeln, dann rechnet sich das nicht mehr, denn die Journalisten müssen eher sozusagen den Leuten zeigen, wie sie wieder glücklich sein, ohne Suchtmittel, ohne Esssucht, ohne Alkohol, ohne Zigaretten, ohne Medikamente, ohne Drogen und so weiter, wie sie da glücklich leben können und diese Wahrheiten, das werden die Medien im Wettbewerb stehen, wer den Menschen zum Beispiel eventuell die Idee der Mehrgenerationen Wohngemeinschaft, überhaupt der Lebensgemeinschaftsprojekte näher bringt, vielleicht sogar irgendwann werden die sogar die großen Medien dann sprechen darüber, dass es ja sein könnte, dass der Mensch genetisch seine größte Glücksmöglichkeit immer noch in einer urmatriarchalen, pazifistischen Bonobo-Schenker-Kommune haben könnte oder finden könnte und ja, also die Unterdrückung oder die Unglücksmehrung rechnet sich ja dann für Journalisten nicht mehr, weil es sich auch für die Werbekunden nicht mehr rechnet und dann verschwindet das alles. Also wir haben schon an alles gedacht, aber es ist immer wichtig, diese Nachfragen wirklich nochmal durchzudenken. Ja und dann eben wie gesagt, weitere Kurznachrichten. Ich habe doch nochmal überflogen, was so oft an offiziellen Nachrichten zu den Winter Atemwegserkrankungen kommt. Naja, die letztendlich hat unser Staat die Erlaubnis an die Impf- Pharma- Medi- Test- Maskenbranche gegeben, sich das halt selber zu bestimmen. Wenn wir uns nochmal klar machen, Bodo Schiffmann hat das auch angesprochen, dass wir Zahlen immer in Relation setzen müssten, wenn wir schon die wahrheitsorientierten Medien der Next Scientists for Future Reformen hätten, dann würde man nämlich sagen, ja, 3000 sterben ja sowieso jeden Tag zu Winterzeiten. 3000 Menschen. Davon wird sowieso ein großer Teil zu Tode behandelt, denn wir haben ja diese ganzen Fehlanreize im Gesundheitswesen. Ja, ich erinnere an meinen Auftritt Corona Ausschuss Termin 12 ab 1 Stunde 47 22 Also, da wir so, und Dr. Klaus Köhnlein und so, da wir ja sowieso aufgrund der Fehlanreize die Tatsache haben, dass ein großer Teil dieser 3000 Menschen jeden Monat von unserem Gesundheitswesen zu Tode behandelt wird, oder diese zu Tode behandelt Handlung beginnt schon mit dem Satz, ne, essen Sie ruhig, was Ihnen schmeckt, das hat bei Ihrer Krankheit gar nichts, das ist nicht die Ursache, daran liegt es nicht, ja, und schon mit solchen Sätzen beginnt das zu Tode behandelt von Menschen, ja, und, ne, Sport ist auch nicht wichtig, ne, und so weiter, also natürlicher Lebensstil ist generell unwichtig und dieses zu Tode behandeln haben wir doch sowieso und das jetzt davon 1000 im Monat von den 3000, was ja nur ein Drittel ist, ja, dann einfach bei der zu Tode Behandlung zugeschrieben wird, als sei die Ursache das böse Killer-Virus, also der, wie heißt das, der Bundespräsident Steinmeier hat nochmal betont, unser Feind ist das Virus und damit hat er eins zu eins die Sorgen, ja, so wird das auch formuliert, es werden immer die Sorgen derjenigen Industrie, die verdient an der Verbreitung von Sorgen eins zu eins übernommen und genau das ist der Fehler im System und deswegen braucht es ja die kompetenten Reformen der Next Scientists for Future, dass sowas nie wieder passiert, was ja in den letzten 400.000 Jahren die Regel war, nämlich, dass man genau von allem, wo Geld ist und Reichtum ist, sozusagen, deren Sorgen eins zu eins übernimmt, deren Einschätzung, wir haben es mit einem allmächtigen Killer-Virus zu tun, der jetzt auch noch mutiert und so weiter, genau darin liegen ja diese Systemfehler, weswegen wir ja das ganze System kompetent reformieren müssen. Ja, also, dann kommt jetzt der Entscheidung, noch ganz kurz kommt jetzt, aber so schnell wie es geht, die Weltkenntnis, ja, warum diese ahistorische geschichtsvergessene Perspektive, warum alles leeres Gerede ist, egal, ob es Markus Krall ist oder Sarah Wagenknecht oder auch Professor Sinn selber oder Todenhöfer, der jetzt da irgendwie eine neue Partei hat und so weiter, Schluck Wasser aus der Geschichte lernen heißt nicht nur aus gestern zu lernen, sondern aus allem. Ja, wir haben den, wir haben den, den, wie heißen sie, den News und Talks empfohlen, den Friedemann Schrenk auch in die Playlisten noch mal reinzunehmen. Das ist nur eine, von Friedemann Schrenk gibt es ganz viele Sendungen, aber er hat sich doch ziemlich deutlich da noch mal über die Eckszene geäußert und, aber da kommen wir ja gleich dazu. Also, warum sozusagen warum Ich habe mir gerade aufgeschrieben, dass wir noch mal Kontakt aufnehmen müssen zu Reso mit einer, wegen einer Sendung. Ja, wo liegt der Fehler? Also, schauen wir uns an. Das ist halt der Bildungsmangel in der Welt und in Deutschland und so weiter. Das ist der Gehirn Zurückgang. Also, ja, hier, ich gehe mal auf das Bild ein. Hier, ja, manche Professoren gehen ja davon aus und ich fürchte, sie haben recht, dass wir hier in den letzten 40.000 Jahren schon 150 Milliliter Gehirnsubstanz verloren haben. Wir degenerieren also, wir werden immer dümmer im Durchschnitt und das ist natürlich dieser Bildungsmangel, dieser Wissensmangel und so weiter. Und dadurch erkennen die Leute gar nicht, Weltkenntnis und Menschenkenntnis das zentral Wichtige ist, wenn ich ein Land regieren wollte. Sondern alle regieren, alle Länder der Erde werden regiert ohne Weltkenntnis und ohne Menschenkenntnis, alle aus einer ahistorischen Perspektive heraus, wo der geschichtliche Blick gerade mal auf gestern zurückgeht, also vielleicht so auf 1000 Jahre, 2000, 3000, 4000 Jahre, also die gerade das gestern darstellen und nicht der wirkliche Blick da ist. Ja, und hier so, dann gucken wir doch mal, was hier noch fehlt. Ja, Bewegung per Explosion. Also, ich fange an. Ich mache es ganz schnell, was wäre eine wirkliche Welt- und Menschenkenntnis? Wo beginnt die? Und was ist der Anfang davon? So, ich muss hier mal gucken, dass ich das hier schön groß kriege, dass sie das schön sehen können. Ja, so können wir es doch mal lassen. Ich glaube, jetzt sehen sie es ganz gut. Also, irgendwie gibt es in diesem All, also, 13,8 Milliarden Jahre. Wo sind wir hier? Die Schwarzen sind die Milliarden Jahre. Irgendwie haben sie vielleicht schon mal was gehört von Supernova oder Supernovae, das sind Explosionen von ehemaligen Sonnen. Und in diesen Supernovae werden auch wohl dann die größeren, wahrscheinlich größere Elemente entstehen, indem die Materie so zusammengepresst wird, dass sie quasi, ja, quasi größere Elemente, also Elemente mit mehr Protonen, Neutronen und Elektronen entstehen, sozusagen. Und wir haben ja auf der Erde ganz unterschiedliche Elemente, ja, zum Beispiel Wasserstoff besteht nur aus sehr wenigen Teilen, Helium glaube ich auch, noch weniger, also, was müssen wir berücksichtigen? Diese Supernovae zeigen, dass es irgendwie immer komische Tendenzen gibt, dass etwas sich auch ausdehnen kann, und zwar dann sehr schnell im Sinne einer Explosion. Und man sagt ja, der Urknall wäre so eine schnelle Ausdehnung gewesen vor 13,8 Milliarden Jahren. Vielleicht steckt da dahinter und wir können ja leider noch nicht weiter zurückblicken. Vor den Urknall haben wir noch keinen Blick, aber vielleicht ist es einfach so, dass einfach alles, was existiert, oder was wir zumindest, was uns betrifft, vielleicht existiert noch vieles andere, was uns aber nicht betrifft, aber das, was uns Menschen betrifft, da gibt es immer irgendwie solche Ausdehnungen, Urknall Supernova und so weiter, immer irgendwo was sich Ausdehnendes, weil irgendwas immer so zusammenkommt, dass es irgendwie sich dann wieder ausdehnt und explodiert und so weiter und dann fliegen ja Teile weg, dann fliegt ja was weg, wenn sich was ausdehnt oder explodiert, ja, und dann passiert es aber so vor zehn Milliarden Jahren sagt man ungefähr entstehen die Galaxien, ja, das bedeutet, dass dann sich die Dinge überholen und einkreisen, zum Beispiel ist ja so eine Galaxie wahrscheinlich, ich weiß es gar nicht, irgendwas, in der Mitte muss es ja eine Sache geben mit extremer Gravitation und das zieht an und dadurch passiert folgendes, die Dinge, die schneller an etwas vorbeifliegen, zum Beispiel das, was schneller vorbeifliegt, vielleicht, was es leichter ist oder was also durch den Ausdehnungsprozess des Urknalls oder den Explosionsprozess auf eine größere Geschwindigkeit gebracht werden wurde, das überholt ja dann zum Beispiel einen solchen großen Masseblock zum Beispiel, was ja zum Beispiel auch ein ganz großes schwarzes Loch sein könnte oder was auch immer, ja, und dann die Dinge, die überholen, also ich zeige das mal hier, ich gehe mal hier hin, ach so, jetzt muss ich das Bild erst wieder kleiner machen, ne, das muss dann hier sein, oder, ja, hier ist es, wenn wir uns das so vorstellen, das wäre in einer Galaxie der die ganz große Masse, die alles anzieht und hier fliegen jetzt gerade diese hier vorbei, da werden dann einige direkt angezogen und werden mit der großen Masse kollidieren und verschmelzen, aber einige werden genau so ein Tempo haben, dass es plötzlich anfängt, dass sie von der Anziehungskraft hier so in eine irgendwie geartete ellipsenähnliche Umlaufbahn eingefangen werden. Das ist übrigens aber auch, weil manche dann immer so denken, ja, diese Umlaufbahn, ja, wenn sich da nur minimal was ändert, dann, nee, ich glaube, dass da schon ein relativ großer Spielraum ist, was eingefangen wird, sozusagen, weil sich das Ganze, wenn wir uns das mal richtig vorstellen, das fliegt ja alles, ja, also das hat ja alles eine Massenträgheit, das fliegt ja alles, also der Massenschwerpunkt einer zukünftigen Galaxie, wie unsere Milchstraße, fliegt ja weg aus der Richtung des Urknalls, wo es gekommen ist, sozusagen. und jetzt fängt es quasi so, dieses sich einfangen, stelle ich mir vor, eher wie eine Pendelbewegung, nämlich das kommt, ist hier, fliegt hier vorbei und pendelt im Prinzip dann wie ein Pendel in die Gegenrichtung, da es aber auch wie ein Pendel in diese Richtung pendelt, pendelt es in dieser Pendelbewegung, also einmal hier an der Masse vorbei und dann wieder hier an der Masse vorbei und diese beiden Pendelbewegungen vereinen sich zu einer scheinbaren Ellipse, die es aber ja eigentlich gar nicht gibt, denn eigentlich fliegt ja das immer weiter und das pendelt nur so da irgendwie hin und her und wenn wir uns klar machen, wie lange Pendelbewegung bei geringen Widerständen wie lange die stabil sein können, dann kann man sich klar machen, dass das eben, dass diese große Stabilität also unserer Galaxie oder auch unseres Sonnensystems eigentlich nichts Ungewöhnliches ist, dass da schon einiges sehr lange Zeiten so hin und her pendeln kann. Und jetzt passiert ja Folgendes in so einer Galaxie, also das was hier pendelt, sind zum Beispiel die verschiedenen großen Sonnensysteme. Also Sonnen sind das, was hier pendelt. Und eine davon ist die, vor fünf Milliarden Jahren entstand ja unsere Sonne, circa fünf Milliarden Jahren und jetzt pendeln und pendeln die Sonnen und jetzt sehen wir das oft in Bildern, dass das also aussieht wie ein Umkreisen des Massenschwerpunktes in der Milchstraße aussieht, als würden die das quasi wie in so Ellipsenformen die Sonnen diesen Massenschwerpunkt umkreisen. Wenn wir es uns aber nochmal vorstellen, als dass das Ganze ja fliegt, dann sehen wir eher, dass es eben eigentlich eher ein Pendeln herum ist, denn der Massenschwerpunkt selber fliegt ja. also das hilft mir, um nochmal deutlich zu machen, dass das Ganze sehr stabil ist, denn Pendelbewegungen sind halt nun mal auch oft sehr stabil und sehr lang anhaltend. Ja und das ist der Punkt, das heißt also wir zu dem Bild mit Ausdehnungsbewegung und Pendelbewegung also mit Explosionen und Überholprozessen und Pendelbewegung und scheinbaren Umkreisungen. Und dann hier hatten wir ja vor fünf Milliarden Jahren haben wir ja hier Wasser haben wir ja hier Entstehung Sonnensystem von Sonne, Mond und Erde so nach und nach und so weiter. Ja, brauchen wir alles nicht im Detail zu wissen. Und dann irgendwie ist es so, dass eine neue Form der Bewegung auf der Erde sich ausgebreitet hat. Vor etwa 3,5 Milliarden, also 3,5 mal 1000 mal eine Million Jahre hat sich also sozusagen eine neue Art der Bewegung dazu gesellt. Ich nenne sie jetzt mal die Automobilität. Sie denken zurecht an das Automobil ist ja auch etwas, was sich irgendwie aus eigener Kraft bewegt. Bis jetzt waren alle Bewegungen sozusagen in erster Linie, die wir untersucht haben oder betrachtet haben, das war irgendwie Explosion als Hauptenergiequelle für Bewegung und die Gravitation als Anziehungsfaktor und so weiter. Und das Ganze ist Massenträgheit, Gravitation und entsprechend die Bewegung eigentlich, aber es sind eigentlich eher so passive Bewegungen und dann vor 3,5 Milliarden Jahren breitet sich nach und nach aus Automobilität. Ja, dass plötzlich Bewegungen nicht nur aus Explosionen stammen, sondern quasi, man könnte sagen, aus eingefangenen Explosionen, dass also irgendwie Stoffe sozusagen intern verbrannt werden und so also irgendwie gemäßigte Explosionen in Körpern, in Einzellern oder in irgendwas dann später stattgefunden haben und dass dadurch dann Muskelkraft erzeugt wurden konnte, konnte später und so weiter und durch solche sozusagen begrenzten Explosionen, die wir dann vielleicht Verbrennungsprozesse nennen würden, ist die Möglichkeit entstanden, dass die Organismen eine Automobilität bekommen haben und wir Menschen sind nichts anderes als Materie, also alles Leben ist nichts anderes als Materie Klumpen, die also jetzt eine gewisse Automobilität dazu bekommen haben, dafür dann auch in der Lage sind, selber dann auch Stoffe einfangen zu können, zu sich nehmen zu können, aufnehmen zu können, wir essen und wir können Ressourcen aufnehmen und 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 ja, das ist dann alles, spielt alles nicht mehr, ist alles nicht mehr so wichtig, was dann sonst noch so geschieht, aber eigentlich, wir sind eigentlich nur automobile Materie Klumpen und alles andere sind Irrtümer, mit denen sie irgendetwas manipuliert sie, wenn sie irgendetwas anderes man ihnen eingetrichtert hat oder sie glauben gemacht hat irgendwas anderes, dann sind das irgendwelche Irrtümer und Manipulationen und wahrscheinlich sind es vorteilbringende Irrtümer für irgendwelche Sparten, befreien sie sich davon und seien sie stolz darauf, ein Materie Klumpen, ein automobiler Materie Klumpen zu sein, seien sie doch einfach darauf stolz, reicht doch, ich vermisse da nichts und dann haben wir hier vor 65 Millionen Jahren wir springen jetzt also über tausende von Millionen Jahren hinweg machen wir einen Zeitsprung vor 65 Millionen Jahren also hier 65 Millionen Jahren naja gut bleiben wir hier bei den 65 Millionen Jahren also 0 Komma jetzt müsste ich die Nullen abzählen 0, 0 6 5 Milliarden Jahren da sind wir jetzt und da sind ja ungefähr angeblich die Dinosaurier ausgestorben und dann konnten unsere näheren Vorfahren unsere die Säugetiere sozusagen diese automobilen Materieklumpen sich ausweiten auch auf die Bäume und so weiter und dann von den Bäumen ja da sind wir dann wieder bei diesem Bild hier wo ist es ja also hier ja vor das dauert vor 13,8 Millionen Jahren ach so da sind wir dann wieder hier 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 sind wir bei Millionen Jahren schwarz ja bei 13,8 Millionen Jahren ist auch wieder nichts nicht viel wichtiges passiert wir brauchen also nicht alles zu lernen was da passiert ist das ist alles nicht so wichtig wichtig ist nur gewesen hier allmählich auf den Bäumen anfänge des aufrechten ganges und dann immer mehr aufrechter gang und vor vier Millionen Jahren ganz entscheidend das müsste auch hier wieder zu sehen sein vier vier Millionen zwei 3,4 Millionen Jahre ach so vor fünf Millionen Jahren kann man sagen ja hat sich wohl so allmählich der aufrechte Gang sozusagen aktualisiert und vor also realisiert und vor vier Millionen Jahren verschwanden die Eckzähne und das ist eben ganz wichtig und das ist so gut dass Professor Friedemann Schreng das anspricht auch wenn er sich natürlich nicht traut so etwas weiterzudenken das wäre dann ja wieder unanständig weil wenn man das weiterdenken würde dann bedeutet das ja dass das Gesamte und er betont ja richtig dass die Erfindung von Waffen und Technik nicht der Grund für den Rückgang der Eckzähne sein kann sondern weil das erst hier stattgefunden hat vor 2,5 Millionen Jahren der Beginn liegt und vor 2 Millionen Jahren Homo erectus dann also und hier vielleicht vor 1,7 Millionen Jahren die Felllosigkeit immer deutlicher und dann vor 400.000 Jahren der Sündenfall der Menschheit aber jetzt schauen wir uns das nochmal hier an also aufrechter Gang vor 5 Millionen Jahren hier Eckzahnverlust das bedeutet nämlich dass Eifersucht Rivalenkampf Gorillas sind eifersüchtige potenziell rivalen bedrohende Tiere das bedeutet dass die Menschen zu eifersuchtsfreien rivalenkampffreien kooperativen Tieren wurden ja und warum sind wir dann heute eifersüchtig weil eben was schiefgelaufen ist wir sind eifersüchtig per erziehung per vorteilbringende Irrtümer weil das den Konsum erhöht denn Eifersucht unterdrückt Sexualität durch eifersüchtiges verhalten unterdrücken wir uns gegenseitig unsere Sexualität lieber Ehepartner ich halte dir die Treue und unterdrücke alle sexuellen Gelüste gegenüber anderen und du hoffentlich tust das auch und wenn nicht bringe ich dich um das ist Eifersucht ja und dass diese zentrale Unterdrückung der Sexualität bringt Konsumsucht Kaufsucht Shoppingsucht Alkoholsucht Zigarettensucht und so weiter und damit ist das und das darf natürlich Friedemann Schrenk nicht denken und auch geschweige denn sagen weil er damit die gesamte unsere gesamte Welt in Frage stellen würde und so weit kann er nicht denken aber er berichtet das sachlich dass es so ist dass der Eckzahnverlust irgendwie eine totale Veränderung des Sozialsystems in Richtung Kooperativität und den Wegfall dieses Rivalenkampfes bedeuten muss ja und damit damit hat er eigentlich alles Wichtige ja auch gesagt was wir daraus machen ist ja dann unsere Sache ja und dann haben wir eben vor 2,5 Millionen Jahren also immer mehr Technik also die Hände werden wohl dann auch immer feiner und immer mehr Steinmesser Stein-Exte-Technik Stein-Hämmer-Technik und so weiter also der große Aufstieg der Technik dann haben wir hier vor 0,4 Millionen Jahren also vor 400.000 Jahren jetzt geht es bergab mit der Menschheit jetzt verlangsamt sich die aufwärts die Weiterentwicklung der Menschheit weil jetzt passiert das alles Entscheidende wir erfinden Tausch kurz danach wahrscheinlich schon Tauschhandel Fernhandel Tauschhandel Spezialisierung also Arbeitsteilung und Markt und damit brechen wir uns das Genick denn jetzt kommt es dazu dass über wo ist es das vorteilbringende Irrtümer also dass Irrtümer plötzlich einen Vorteil in der Evolution haben also unter Bedingungen von Markt haben plötzlich nicht mehr die Wahrheiten einen Vorteil denn wir sind eigentlich Wahrheitstiere wir hatten also bis vor 400.000 Jahren eigentlich eine ständige Mehrung von Wahrheiten plötzlich werden aber Irrtümer geschäftsfördernd also wenn ich jetzt den als Früharzt und Frühhändler sage ja da hat ja eine Gruppe die andere nachts überfallen und totgeschlagen auch wenn das gar nicht stimmt wenn es irgendwie nur ein Übersetzungsfehler ist oder irgendwas aber auf jeden Fall wenn ich so eine Geschichte erzähle verkaufe ich als Händler mehr Steinexte wenn ich die schon dabei habe im Programm dann werde ich diese Geschichte natürlich immer weiter erzählen denn diese Geschichte ermöglicht mir ja hier drei Enkelkinder groß Urenkel vier Urenkel groß zu ziehen drei Enkelkinder vier Urenkel und dann finde ich dann auch noch Schüler und irgendwann wird eine Universität aufgemacht eine Akademie und dann dann werden meine Vorteilbringenden Irrtümer ausgebildet weitergegeben an alle zukünftigen Waffenhändler und Händler oder wenn ich so Geschichten erzähle oh ist das ekelhaft ihr werdet ja ganz krank davon von eurem urmatriarchalen pazifistischen Bonobo kommunistischen krumm 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 schmuse und sex und eurer langen stillzeit und so weiter ja dann hier mit diesen körperfeindlichen Irrtümer ja und dann wird dann sagt er noch nee also später werden wir sie Viren und Bakterien und Pilze nennen diese winzigen Dinger sind die absoluten Killer und nicht ein unnatürlicher Lebensstil macht euch krank nein nein gar nicht ja also sie merken es also ich will es jetzt nicht vertiefen ich habe es in hunderten von Sendungen vertieft also die Irrtümer werden plötzlich in der Evolution bevorzugt weil wir nicht kapiert haben vor 400.000 Jahren wir alle nicht kapiert haben dass wir da starke positive Anreize hätten setzen müssen sodass also die Wahrheiten zu den Gewinnen führen und nicht und nicht die Irrtümer zu den Gewinnen führen zu den Vorteilen führen und das holen wir jetzt nach indem wir Wohlfühlstimmen Gesundheitsdaten Langlebigkeitsdaten und so weiter solche Messgrößen also hier wo haben wir es zum Beispiel solche Messgrößen wie Wohlfühlstimme Gesundheitsdaten Langlebigkeitsdaten hier 127 Jahre und so weiter also die da steckt alles drin da stecken einige allgemeine Messgrößen drin und dann ja zum Beispiel kann auch die Wohlstandsdaten können die Wirtschaftswunderdaten können zu diesen Daten gehören Schluckwasser und dann gibt es noch die speziellen Messgrößen Schluckwasser und damit können wir endlich das nachholen was wir damals versäumt haben nämlich starke positive Anreize zu setzen so so sodass eben und dann Evolution der Evolution der Evolution der Irrtümer der Vorteil bringenden Irrtümer die dann als in uns manipulieren im Sinne von parasitären Memen Killer Viren des Geistes und ja das darum geht es und damit haben wir retten wir dann das Wohlfühlen der Menschheit ja darunter leidet die Menschheit die ganze Zeit ja jetzt gucken wir nochmal hier darum geht es eigentlich ja jetzt habe ich irgendwie ja jetzt erläute ich nur noch die Bilder ganz kurz ergänzend weil eigentlich ist damit alles gesagt setzt man mit über 50 jähriger professioneller Kompetenz wie beim nur in der Welt über die nur Next Scientists for Future und der Weltrat verfügen ist leider die einzige Instanz auf der Welt die diese Kompetenz hat und setzt man diese Kompetenz über 50 jährige Erfahrung in diesem Bereich ein und setzt gezielt positive Anreize sodass überall die Vorteil bringenden Irrtümer verschwinden sonst sind alle Probleme gelöst aber das ist eben sehr schwierig und deswegen jetzt kommen wir wieder da kurz zurück deswegen braucht ja lieber Herr Sieber deswegen ist ja Ihr Zentralirrtum so gewaltig so problematisch dass Sie die besten Experten für die Partei als parteipolitischer Koordinator sozusagen haben Sie damit die besten Experten für die Partei die Basis ausgeschlossen und haben damit den Zentralirrtum begangen das Todesurteil für jede Neupartei also gehen wir wieder zurück also hier ganz kurz nur die Bilder zu erläutern zu den Vorteil bringenden Irrtümern gehört ja auch zum Beispiel da haben wir die Irrtümer der Linksradikalen die führen ja zu einer Revolution und die Revolution führt am Ende zur Verelendung der gesamten Gesellschaft wir haben das an der sehen das an Venezuela und der DDR also die Linksradikalen und ihre das sind eigentlich Vorteil bringende Irrtümer der Sozialsparten die führen dann dazu dass es lauter Sozialfälle am Ende übrig bleiben noch heute ist es ja so dass die DDR einen hohen Prozentsatz an Sozialfällen hat und davon profitieren natürlich Arbeitsamtmitarbeiter und Sozialberufler die eben in der Betreuung dieser Sozialfälle ihre Karrieremöglichkeiten genießen sozusagen ja und dann haben wir bei den Rechtsradikalen will ich jetzt gar nicht untersuchen was da für Vorteil bringende Irrtümer eine Rolle spielen auf jeden Fall hier nur hier liegt die Wahrheit nämlich bei der bodenständigen naturwissenschaftlichen evolutionsbiologischen realistischen vernünftigen Linken nämlich und das sind nur die Next Scientists for Future vom Weltrat da liegt die Wahrheit und ab hier beginnen dann schon wieder die Irrtümer und die Unwahrheiten ja bei der hier beginnt die CDU quasi und da geht es dann auch wieder in Richtung mangelnde Intelligenz ja und der Zentral einer der zentralen vorteilbringenden Irrtümer der Sozialspaten ist ja nein unsere Hauptschulabbrecherin können ruhig die Rolle oder die Funktion des Kinderkriegens in der Gesellschaft für uns übernehmen unsere Karrierefrauen das ist kein Problem wenn die keine Kinder mehr bekommen das ist alles kein Problem denn alle sind ja gleich alle Menschen sind gleich ja also auch hier ja also quasi so die Kernaussage der Sozialspatler der einer der entscheidenden zentralen vorteilbringenden Irrtümer der Sozialspatler ist ich zeige das gerade hier nochmal ah ja da ist es schon ja hier die sind ja alle gleich damals die 500 Milliliter also die Halbliter Gehirne ja und dann die 1,5 Liter Gehirne vor vor 40.000 Jahren und jetzt wir mit degenerierten mit unseren durchschnittlich nur noch 1350 Milliliter Gehirnen Hubraum Gehirnen und all die sozusagen ja all die ja letztendlich diese Bandbreite wir haben ja jetzt quasi eine Bandbreite von zwei Liter bis zu circa ein Liter Hubraum ja das ist alles unwichtig weil die sind alle gleich die sind alle Genies alle Kinder wenn sie neu geboren werden sind Genies also auch wenn zwei Leute mit zwei Liter Gehirnen ein Kind bekommen das ist nicht intelligenter nein überhaupt nicht die sind alle gleich ja und das führt dann dazu dass natürlich dann die mit den kleinen Gehirnen die einen Liter Gehirnen natürlich überproportional viele Kinder in die Welt setzen dadurch sinkt der Gehirndurchschnitt weiter ab und wir degenerieren immer weiter wir werden immer dümmer und dadurch zerstören wir Deutschland Deutschland geht kaputt wie das Römische Reich dann geht einfach unter das ist einfach so und da sieht man wie gefährlich diese vorteilbringenden Irrtümer sind aber für die Sozialsparten ist das natürlich gewinnbringend denn es gibt jetzt lauter Leute lauter Kinder und lauter Sozialfälle mit einem Einlitter Gehirn die gar nicht arbeitsfähig sind die gar nicht leistungsfähig sind und nicht bildungsfähig sind und die kann man dann als Sozialberufler betreuen oder als Arbeitsamtmitarbeiter in der Dauerarbeitslosigkeit verwalten und daran Karriere machen so funktioniert die Welt so dann schauen wir uns noch die anderen Bilder an so haben wir denn hier alles erfüllt hier steht noch was von Millionen Jahre dann haben wir jetzt 10.000 Jahre ach so nö den Degenerationsprozess den können wir natürlich hier wo haben wir das noch Millionen Jahre hier haben wir dann 400.000 Jahre dann gehen wir über auf die 100.000 Jahre da sind wir hier also vor 400.000 Jahren der Sündenfall der Menschheit nämlich ohne positive Anreize einzusetzen hätte man Markt nicht erfinden dürfen aber es ist halt passiert kann ja mal passieren und dann haben wir vor 300.000 Jahren eventuell schon den Fernhandel also ein Professor behauptet dass der eindeutige Hinweise für den Fernhandel die Erfindung des Fernhandels Professor Friedemann Schrenk Schrenk würde den Fernhandel eher bei 140.000 ansetzen vor 170.000 Jahren vielleicht die Vorläufer der ersten Frühärzte des Schamanismus und dann vor 100.000 Jahren so allmählich dass die allmählichen Ausbreitungen von was weiß ich alle 20 Jahre 5 Kilometer Ausbreitung auch Richtung raus aus Afrika so allmählich erfolgte wir sollten eigentlich nicht mehr von Auswanderung aus Afrika sprechen das klingt immer so als hätten diese ihr Päckchen gepackt und wären dann 1000 Kilometer gewandert nein da ist wahrscheinlich so dass irgendwelche Kinder irgendwelchen Grund hatten warum sie es auch im Norden ganz schön fanden das kann an Klimaveränderungen liegen und so weiter und dass die dann ihr Lager fünf Kilometer weiter aufschlagen oder so oder ihren Lebensmittelpunkt fünf Kilometer weiter einnehmen und dann so es zu einer allmählichen scheinbaren Wanderungsbewegung kommt nennen wir sie besser eine ganz langsame allmähliche Ausweitung Ausbreitung die natürlich weil wenn wir wenn man so viel Zeit hat nämlich 100.000 Jahre hat dann zwangsläufig obwohl sie eine ganz langsame Ausbreitung ist trotzdem irgendwann bei Südamerika und Australien enden musste geht gar nicht anders wenn sie wenn sie immer alle 20 Jahre fünf Kilometer Strecke dazu addieren dann sind sie irgendwann in Australien ohne dass jemand jemals gewandert ist vergessen sie also diese Idee die Rechtfertigung der Mobilitätssucht Nein der Mensch ist kein mobiles er ist kein Homo Homo Reisensis Reisen gehört nicht zu unserer Genetik ja um das Lager herum zu laufen schon aber nicht Reisen Reisen ist eine Konsumsucht Erscheinung ja gut ja damit haben wir das hier dann sind wir hier jetzt bei 100.000 Jahre und dann sind wir bei den zehntausender Jahren ja vor 40.000 Jahren ja da sind so da fangen so langsam Dinge an sich zu evoluieren wie Geld Ackerbau und Viehzucht dieser Horror der dann vor zehntausend Jahren nochmal explodiert wurde zum Horror Trip deswegen müssen wir ja auch brauchen wir ja auch eine Landwirtschaftsreform oder eine Nahrungsreform weil Ackerbau und Viehzucht der absolute Horror für uns Menschen sind das hat uns so richtig krank gemacht anfällig für die Seuchen und so weiter also diese Fehlernährung die wurde immer schlimmer ja und ja da sind wir wieder auch bei dem Satz vom Onkel Doktor der Onkel Doktor der es ja angeblich gut meint und der dann sagt nö essen Sie ruhig was Ihnen schmeckt nein wenn Sie essen was Ihnen schmeckt werden Sie todkrank ja weil das was Sie da essen sind ja chemische Kunstprodukte die alle mehr oder weniger toxisch sind essen Sie was Ihnen schmeckt gilt nur für absolut naturbelassene Nahrung und die haben wir gar nicht mehr wir haben ja nur noch verzüchtetes Zeug wir wissen ja gar nicht mehr wenn es den Handel nicht gegeben hätte was wir eigentlich ja interessant ist was haben wir vor 400.000 Jahren gegessen ne ja gut also auf jeden Fall müssen wir alles korrigieren ich hoffe das ist ja sowieso jedem mittlerweile klar so ja hier haben wir dann noch mal die Parallelisierung bei Newton da geht es darum hier ist der Punkt der größten Anziehung und dann fließt ja das Wasser sozusagen das Regenwasser hier hin zu diesem größten Massenschwerpunkt und so können wir auch die Evolution zeigen die Vorteilbringenden Irrtümer also alles evoluiert sich so dass am Ende quasi man bei den Ressourcen ankommt die Ressourcen gewinnt also entweder Eizellen oder Spermienzellen als Ressourcen gewinnt oder Futter Nahrung und so weiter und darum geht es das das ist wir mit unserem wir als Materieklumpen mit der Automobilen also Selbstbewegungsfähigkeiten da geht es darum an Ressourcen ranzukommen wie Eizellen oder Spermienzellen und an Futter und das sind die großen Beweggründe und dahin läuft die Evolution und wenn das dann eben Irrtümer sich darin wenn Irrtümer sich als erfolgreich erweisen dann breiten sich eben die sogenannten Vorteilbringenden Irrtümer aus und wenn aber neue positive Anreize setzt dann breiten sich die Wahrheiten als dann vorteilbringende Wahrheiten wieder aus so wie es vor 400.000 Jahren ganz normal war da lebten wir alle in einer Welt der Wahrheiten die immer größer wurden weil niemand gewinnen konnte durch Irrtümer aber Markt schafft neue Bedingungen und da können die konnten die unsere Vorfahren dann plötzlich gewinnen durch Irrtümer Ja und die Gefährlichkeit also NGOs sind ja eben auch sehr gefährlich weil die eben auch ihre vorteilbringenden Irrtümer ausbreiten und wo enden dann die beim Geld der Bürger denn es geht darum Spendensammlungen moralisch also Spendengelder moralisch zu erpressen das ist das Anliegen wohl offensichtlich aller NGOs und trotzdem würden wir immer noch mit Fridays for Future kooperieren wenn die kooperationsbereit wären und würden denen sogar helfen bei ihren zumindest angeblichen Klimazielen wobei wir denken am Ende ist es so dass die Fäden im Hintergrund eventuell die Spendensammler gezogen haben denen es nie um das Klima ging sondern nur um einen erneuten Vorwand für Spendeneinsammlungsmöglichkeiten so dass dann wahrscheinlich irgendwelche Leute möglicherweise ja da irgendwelche Spenden abgegriffen haben das wissen wir aber natürlich nicht wer das ob das der Finteisen war oder wer auch immer da eine Rolle spielt ja und dann noch einer der vorteilbringenden Irrtümer so auch der Waffenindustrien und so weiter dass es so toll wäre jetzt einen Krieg loszutreten gegen unsere Milliardärskönige unsere Politik und Journalistenkönige das ist völliger Unfug da würde am Ende nur die Waffenindustrie profitieren und am Ende die Konsumindustrie das sind vorteilbringende Irrtümer der Konsumsuchtindustrie denn durch solch einen Streit oder Kampf gegen die Milliardärskönige würde das Ganze nur sozusagen dazu führen dass am Ende überall der Konsum ansteigt und so weiter und deswegen wir müssen alle Menschen liebevoll begegnen denn wir als Menschheit haben uns geirrt und haben gedacht Markt wäre ungefährlich auch ohne positive Anreize und diesen Irrtum müssen wir alle gemeinsam korrigieren und niemanden dafür die Schuld geben für bestimmte Fehlentwicklungen wir sind schuldig wir alle sind schuldig ja und hier das kann man auch sehen hier das ist die Erdkarte nochmal und so weiter da müssen wir uns nochmal klar sein ja wir die Nord- und Südeuropäer haben die Nord- und Südamerikanischen Ureinwohner abgeschlachtet und wenn wir da nicht auf der Hut sind und nicht zumindest Defensivrüstung beibehalten dann werden wir vielleicht irgendwann abgeschlachtet und erobert und ausgelöscht und so weiter also man muss eine gewisse Vernunft bewahren eine weltpolitische Vernunft muss den weltweiten Pazifismus parallel vorantreiben und nicht einen einzelgängerischen Vorreiterschritt diesbezüglich machen und ja und das kann man auch sehen als die Konnung also hier das kann man auch sehen als eine Kommune oder Lebensgemeinschaft oder eine Gemeinschaft oder eine Mehrgenerationen Wohngemeinschaft und dann die Töchter wandern ab in die Nachbarkommune die Muttersöhnchen bleiben bei der Mutter bei den Müttern und die Töchter wandern ab und dann sind hier die wachsen die Enkelkinder auf und einen Kreis weiter dann die Urenkelkinder ja so dass wir dieses Bild auch verwenden können um deutlich zu machen wie die natürliche Lebensweise des Menschen höchstwahrscheinlich war und auch wieder werden sollte denn die möglicherweise bietet sie die größte Glücksmenge und ja und diese Körperfeindlichkeit die war ja nur ein Weg ein vorteilbringender Irrtum der Konsumsuchtsparten und wie lange wir uns das dann noch weiterhin in unseren Köpfen gefallen lassen diese Manipulation diese parasitären Meme diese Killerviren des Geistes das wird man sehen wir haben ja dann auch die V.I.A.T. die vorteilbringende Irrtümer Abbautherapie ja und das wird eben dazu führen dass immer mehr Menschen aufstehen werden und sagen ich möchte wieder natürlich leben wer hat Lust mit mir eine urmatriarchale pazifistische Bonobo Schenker Kommune zu begründen wo dann auch die Schere zwischen Arm und Reich zusammen geht wieder weil die Reichen all ihren Reichtum wieder wie damals an an ihre Kommunen Mitglieder verschenken werden an ihre Geliebten Frauen und Kinder der Kommunen in dem sie Mitglied sind ja weil wozu brauche ich den ganzen Klimbim wenn ich sozusagen ja also wenn das Schenken eigentlich meine Natur ist ja ja dann gucken wir mal weiter hier haben wir noch mal diese Gaussische Normalverteilung das können wir als Erde auch benutzen oder das ist der große Kuchen an den alle Spaten die Sozialspaten die NGO Spaten die Medizin und Impf und Tests und Maskensparte die wollen alle nur an eins an diesen großen Kuchen an das an unser Geld an unser Bestes ja und das genau läuft also ohne positive Anreize läuft genau das jede Sparte führt einen Krieg gegen den Rest dieser Kuchen dieses Kuchens und holt sich aus dem schlägt sich aus dem Kuchen so viel wie möglich raus ja und hier nochmal die Wahrheit alle Menschen sind unterschiedlich es gibt die sehr klugen und es gibt die sehr dummen und alles andere ist sind vorteilbringende Irrtümer der Sozialsparten ja das hatten wir schon das hatten wir schon dann nochmal also das Ganze ist aufgrund der vorteilbringenden Irrtümer der verschiedenen Sparten ja befindet sich der gesamte Mainstream in einer Illusion es gebe nur den kooperativen Anteil das heißt Bundespräsident Steinmeier steht dafür stellvertretend der hat sowas ähnliches gesagt wie nicht die Pharmakonzerne sind unser Feind sondern das Virus ja die Viren ja und damit genau das ist dieses ja dieser naive Blick aufgrund der ganzen vorteilbringenden Irrtümer ja diese hat man übernommen und glaubt sie und lebt da in einer Blase es gibt nur Wahrheiten auch von der Pharmaindustrie kommen nur Wahrheiten es gibt nur den kooperativen Anteil und den antikooperativen Anteil gibt es gar nicht weil in der sozialen Marktwirtschaft sich alle wie Engel verhalten und es da weder vorteilbringende Irrtümer gibt die uns großen Schaden zufügen noch kriminelle Lügen oder gar kriminelle Lügner gibt es sondern das gibt es alles nicht das sind alles das gibt es alles gar nicht das hier gibt es gar nicht das Antikooperative das Manipulative das Parasitäre das Schmarotzerische gibt es gar nicht Ja und dadurch sozusagen läuft die gesamte Weltpolitik muss sie in die falsche Richtung laufen deswegen braucht es ja eine neue Partei und damit sind wir wieder bei der Sache dass eben leider alle echten Experten und alle erstklassigen Experten grundsätzlich niemals Mitglied einer Partei werden und das bedeutet eben da sind wir wieder am Ausgangspunkt am Zentralirrtum von David Claudio Sieber dem einfach dieser Irrtum unterlaufen ist dass er quasi gesagt hat ja naja gut alle Experten können ja einfach Mitglied der Partei werden und er gar nicht erkannt hat dass alle erst- bis zweitklassigen Experten niemals Mitglied einer Partei werden und sondern nur drittklassige viertklassige fünfklassige sechsklassige Experten überhaupt dann sich in Parteien befinden werden und dann sind wir wieder zurück dessen dass wir eben hier zwar auch die parteiinternen Experten Vorschläge auflisten sollten aber immer mindestens auch noch drei externe Experten also hier nochmal fünf nebeneinander also davon vielleicht zwei parteiinterne Experten Vorschläge und drei externe Experten Vorschläge und wenn man irgendwie irgendwelche externen Experten oder Reformer schon vorab ausfiltert nach Willkür Kriterien dann ist man schon eine Altpartei und dann ist man schon gescheitert und genau das ist leider passiert bis jetzt und ich hoffe dass sie da mit dem Herrn Sieber sprechen können und das korrigieren können auch mit Herrn Romberg auch wenn ich vermute dass die Partei ich fürchte da wir ja bis jetzt überwiegend Mitglieder von Partei wir 2020 Kontext sozusagen beraten haben und die Fraktpartei natürlich ist es leider das dramatische ist ich fürchte dass wir 2020 schon gar nicht mehr existent ist im Sinne von überhaupt keine Chancen hat und jetzt gilt es darum die Basis zu retten und deswegen sprechen sie mit Herrn Sieber und sprechen sie ihn auf seinen Zentralirrtum an und dann können haben sie auch eine Chance auf diese 700 Euro netto im Monat und noch und vor allem was mir wichtig wäre auf ein viel 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 also ein Leben das ganz ganz viel gesünder länger reicher glücklicher werden kann und werden wird da sind sich die Next Scientists for Future ganz sicher aber ohne dass die Basis auf den richtigen Kurs kommt wird das nichts werden denn das sieht nicht gut aus so dann zeige ich noch wie man den Ausstieg macht ich bin ja wieder in einer Talkshow gerade man geht hier hin man beendet die Präsentation was ich eben gemacht hatte war eine Präsentation jetzt sehen sie wieder alle Talkshow Mitglieder würden sie jetzt wieder nebeneinander sehen quasi und jetzt kann man sich dann auch noch hier abmelden jetzt melde ich mich aus dieser Sendung ab jetzt bin ich wieder beim Anfang und ja und das war es mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute ja bitte sprechen Sie mit Herrn Sieber machen Sie ihn auf den Zentral Irrtum aufmerksam und ich fürchte dass dieser Zentral Irrtum der dann dazu führen wird dass man allerhöchstens 4,9% bekommen wird und dann das Schicksal fast aller Neuparteien folgen wird nämlich dass nie wieder was draus wird schauen Sie sich an was aus der ÖDP geworden ist oder aus den Freien Wählern also oder ÖDP als Beispiel ja die haben null Einfluss auf die Gesellschaft das ist man wird dann so eine 3% oder 2 oder 1% Partei und ist völlig bedeutungslos und das ist dann einfach so was genauso gut kann man Kaninchen Züchter Verein betreiben das wird einfach dann nichts mehr ja und dann ja man muss bei so Situation wie jetzt mit Corona bei so einer Steilvorlage dass das ganze System seine Dysfunktionalität bewiesen wenn man es da nicht schafft gleich im ersten Anlauf 5,0% zu erreichen dann fürchte ich wird das auch danach nie mehr was weil man dann auch diese Steilvorlage nicht mehr hat vor allem weil die Leute dann auch so denken jetzt habe ich einmal meine Stimme vergeudet für eine Neupartei dann gebe ich sie jetzt in Zukunft lieber wieder den Altparteien wenn die Neuparteien eh keine Chance haben dann verniere ich ja nur meine Stimme und unterstütze ja damit eigentlich genau die Parteien die ich ja abgewählt haben möchte die unterstütze ich ja indirekt indem ich meine Stimme in das Stimmengrab irgendeiner bedeutungslosen Neupartei versenke ja sowieso erstaunlich warum es immer wieder so viele Menschen gibt die ihre Stimme an chancenlose Parteien vergeuden und damit sozusagen eigentlich ihre politischen Gegner stärken ja denn diese Stimmen werden ja alle einfach in den Mülleimer geschmissen ja und damit entziehen sich diese Wähler eigentlich selber ihr eigenes Wahlrecht ja und natürlich müssen wir auch die 5% Klausel infrage stellen weil das ja im Prinzip bedeutet dass eigentlich Neuparteien fast gar keine Chance haben hoch zu kommen weil diese Hürde ja auch viel zu hoch ist ja also tschüssi bis bald also auch darüber müssen wir mal nachdenken was machen wir mit der 5% Klausel tschüssi bis bald